Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Interessierte, ich soll heute ein bisschen was erzählen zur staatlichen Selbstverwaltung nach UN-Resolution 5683. Der ein oder andere wird sicherlich in den vergangenen Tagen das Interview gesehen haben, das ich mit dem Fernsehsender, Internetfernsehsender BewusstTV mit dem Mio Konrad gemacht habe in der letzten Woche. Der Jo hat mich irgendwann eingeladen und gesagt zu dem Thema Selbstverwaltung, dass man das nochmal vertiefen sollte, weil in dem Bereich waren ja schon andere Akteure entsprechend und haben ein bisschen informiert. Ja, Hintergrund überhaupt, dass es die Möglichkeit der Selbstverwaltung gibt. Ich gehe jetzt doch ein bisschen, ich weiß nicht, weil der ein oder andere sich vielleicht nicht so detailliert auskennt in die Historie. Bevor ich das aber tue, ganz kurz, ich bin erst seit etwa einem Dreivierteljahr mit der ganzen Materie so tiefgreifend beschäftigt. Das hängt damit zusammen, weil ich war politisch sehr lange aktiv in den Reihen der CDU, CSU. 26 Jahre lang war dann im Landesvorstand Sozialpolitik. Und nachdem der Horst Seehofer, der damals Vorsitzender war, gedacht hat, er will das nicht so umsetzen, wie er, wie das beschlossen war, also Demokratie mit Füßen getreten, dann habe ich mich verabschiedet und habe gesagt, das ist nicht mehr mein Ding. Im Anschluss daran war ich drei Jahre mit der FDP unterwegs. Danach war ich mit der Freien Union, als sie gegründet wurde, entsprechend auf den Markt gegangen und war dort nach kurzer Zeit stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei, also Frau Dr. Pauli war die Vorsitzende. Und als Frau Dr. Pauli zum Spinnen angefangen hat, haben wir innerhalb des Konstrukts uns verabschiedet mit einem schönen Pressewirbel, weil meine Devise ist immer, eine gesunde Demokratie verträgt größtmöglichste Verteiler. Nur so ist es erfolgreich. Und darum haben wir dann gesagt, man möge die eigene Partei verbieten, weil dadurch haben wir ein wenig einen Schub gekriegt und einen Pressewirbel und haben dann die Allianz für Bürgerrechte begründet innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und haben dann festgestellt, als wir uns etwas mit den staatlichen Strukturen beschäftigt haben, dass vieles, was geschrieben steht, dem Reich der Märchen entspricht und dass wir eben im Jahre 1990 ein Phänomen hatten, die Mauer ist gefallen, weil im Osten dafür gekämpft wurde und am Ende hat sich eben dann herausgestellt, dass eigentlich das, was vorher war, nämlich 1945, als sich die Alliierten zerstritten haben, sich wieder zusammengefunden hat, das Vereinigte Wirtschaftsgebiet und das eigentlich de facto zwei Leichen fusioniert haben, wenn man sich mit den Verträgen beschäftigt. Ursprünglich also Ausgangssituation ist der 23. Mai 1945. Dort wurde die letzte deutsche Regierung unter Großadmiral Dunitz verhaftet und ab diesem Zeitpunkt, das haben ja Manfred Heinemann und Rüdiger Hoffmann herausgefunden, dass ab dem Zeitpunkt alles als Kriegsbeutemensch dann ausgestaltet war, war das also mit dem Tag danach, das habt ihr ja schön herausgearbeitet, wir mehr oder weniger alle als Kriegsbeute gegolten haben, auch obwohl wir noch gar nicht geboren waren. Und dann haben die Alliierten in der Potsdamer Konferenz ab dem 16. Juni 1945 Regelungen geschaffen, wie Deutschland neu strukturiert und organisiert werden soll. Ausgangssituation war innerhalb der Geschichte, dass die vier Alliierten natürlich alle ein Stück von dem Kuchen entsprechend abhaben wollten. Und da hat man ja dann auch die Grundsteine für das spätere Wirtschaftswunder sowohl in den drei Westzonen als auch in der Ostzone letztendlich gelegt, weil die Engländer und die Russen waren die, kann man sagen, gierigsten. Die haben am meisten abgebaut. Die Amerikaner haben das stillschweigend gemacht. Die haben nämlich ganz einfach sich die ganzen Patente gesichert, die die Deutschen hatten. Also es sind wohl so um die 30.000 Patente irgendwo über den Teich gewandert, die heute in irgendwelchen Firmierungen einen neuen Eigentümer oder Besitzer gefunden haben. Die Patente dann in Amerika gelandet sind. Man hat in dieser Potsdamer Konferenz nun den Ostteil des Landes abgetrennt und hat die beiden Länder, Pommern und Schlesien, unter polnische Verwaltung gestellt, bis zu einem Friedensvertrag. Man hat den nördlichen Teil Ostpreußens auch unter polnische Verwaltung gestellt, Entschuldigung, den südlichen Teil unter polnische Verwaltung gestellt und den nördlichen Teil unter sowjetische Verwaltung gestellt. Was zu der Groteske heute ja führt, dass momentan bis zu einem Friedensvertrag die Russen immer 100 Kilometer durch europäisches Gebiet fahren müssen, um wieder zu ihren Strukturen hinzugelangen. Und das Merkwürdige ist ja, dass sich die plötzlich alle darauf besinnen, dass sie deutsche Bürger nach dem Reichsabstammungsgesetz von 1913 sind, weil dann brauchen sie kein Visum und können dann wunderbar durch den 100 Kilometer Korridor fahren. Man hat, als die Abtrennung dann war, den Rest des deutschen Gebietes in vier Zonen eingeteilt, hat aber die sogenannte Bundeshauptstadt, die eigentlich keine ist, man hat Berlin, Groß Berlin, den Raum herausgenommen und hat den gesondert auch unter eine Vier-Zonen-Verwaltung gestellt. Dort festgelegt, dass immer 14-tägiger Wechsel der Oberhoheit alternierend stattfindet, früher war das so, dass am Kammergericht in Berlin man immer sehen konnte, wer gerade der Chef des gesamten Gebietes war. Alle 14 Tage, immer links außen, die Flagge, war derjenige, der die Oberhoheit hatte und das Sagen und das hat im 14-tägigen Turnus dann zwischen den alliierten Siegermächten gewechselt. Heute ist das Kammergericht in dem Gebäude untergebracht in Berlin. Man hat dann die vier Zonen entsprechend geteilt. Jede Zone hat erstmal für sich gearbeitet, hat aber dann schon festgelegt, dass man in der Folge die irgendwann wieder zusammenbringen will. Nur dann haben sich die Amerikaner, die Russen, die Engländer und die Franzosen zerstritten, so dass es eben dann zu einer Drei-Zonen-Teilung und einer Einzone, nämlich der sowjetisch besetzten Zone, gekommen ist. Das Ganze ist dann bis 1990 so gewesen und 1990, als jetzt die Mauer gefallen war, 1989, hat man große diplomatische Diskussionen entfacht hinter den Kulissen. Also da ging es drunter und drüber. Es war lange Zeit die Streiterei, gibt es eine 4 plus 2 oder eine 2 plus 4 Konferenz. Es hat ja zum 20-jährigen Jubiläum der Alexej Venenko, der Sicherheitsberater des russischen Präsidenten Medvedev in Ria Novosti ein Interview gegeben, natürlich nur zu sicherheitspolitischen Aspekten, weil die Russen haben eigentlich nur zwei Interessen momentan. Einmal, dass das sicherheitspolitische Interesse so geordnet wird, dass die Amerikaner ein bisschen an die Leine kommen. Und das Zweite, dass man letztendlich auch haben möchte, aus russischer politischer Sicht, dass die Amerikaner aus dem Vorhof der russischen Hemisphäre etwas weiter sich verschwinden. Und das geht aber nur, indem eben Deutschland seine Souveränität in vollem Umfang zurückbekommt. Man hat aber in dem Zusammenhang damals erklärt, im Jahr 1990, dass das ja jetzt der Fall sei. Und nun haben aber ganz merkwürdige Dinge stattgefunden. Es gibt zum Beispiel zwei Spiegelartikel aus dem letzten Jahr, die das auch beinhalten. Es gab einen russischen General, der im Auftrag von Gorbatschow auf den Weg gesetzt wurde, in Bewegung gesetzt wurde, mit dem Kohl, damals Bundeskanzler, Verhandlungen aufzunehmen und im Rahmen dieser Verhandlungen über die Rückgabe der deutschen Ostgebiete zu sprechen. Dass der Spiegel das letztes Jahr überhaupt drucken dürfte, musste der Chefredakteur vorher bei den Amerikanern und bei den Russen nachfragen, weil die bis 2099 im Rahmen der Kanzlerakte, die angeblich nicht vorhanden ist, die aber dennoch vorhanden ist, bis 2099 das Sagen haben über die deutsche Presse. Also über die normale, ordentliche, staatliche Presse. Auch über die privaten Pressestrukturen, insoweit sie kontrollierbar sind und sich dem Ganzen ethisch unterwerfen. Über das Internet natürlich nicht, weil das Internet an der Stelle flexibel das Ganze handelt und handhabt. Ja, und nun hat im Rahmen der Merkwürdigkeiten sich zugetragen, dass die sogenannte Pariser Konferenz stattgefunden hat. Das, was ich jetzt erzähle, ist also kein Geheimnis, sondern man kann das in dem Bundesgesetzblatt der Bundesrepublik Deutschland alles nachlesen. Man muss nur die Mosaiksteine nebeneinander liegen. Es haben also im Juni die Pariser Konferenz dann ihren Lauf genommen. Und so hat am 17. Juli, mit Wirkung 0 Uhr, 18. Juli, der Eduard Sheppard-Naze, die Deutsche Demokratische Republik, für aufgelöst erklärt. Und der James Baker im Auftrag der Westalliierten gegenüber den Russen, gegenüber den Sowjets damals noch, erklärt, dass die Bundesrepublik Deutschland den Artikel 23 des Grundgesetzes rausnimmt. Das hat er einfach verfügt, weil er ist der Chef an der Stelle über diese Konstruktion des Grundgesetzes ja gewesen. Und ist es nach wie vor, beziehungsweise einer seiner Nachfolger jetzt, in dem Fall momentan Nachfolgerin. Weil der amerikanische Außenminister ist mehr oder weniger der Chef, der quasi in Stuttgart der kommissarischen, in Anführungs- und Schlusszeichen, der Regierung der Amerikaner im Auftrag der Alliierten vorgesetzt ist. Und der Baker hat den Artikel 23 streichen lassen. Später hat dann die Bundesrepublik Deutschland, als DDR und Bundesrepublik fusioniert haben, das Ganze nochmal im Gesetzblatt laufen lassen. Es hat dann im Rahmen dieser Dinge etwas Merkwürdiges stattgefunden. Man hat eine ehemalige DDR-Firma aus der Insolvenzmasse, der neu gegründeten, zu diesem Zeitpunkt neu gegründeten Treuhandanstalt, hat man verkauft für einen billigen Preis von einer Ostmark und hat die dann umgemodelt und hat die dann später in Frankfurt am Main eingetragen, als Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. Also man hat sie umfirmiert, vorher war es in Berlin geführt, man hat sie dann umfirmiert und hat sie dann in Frankfurt am Main hinterlegt. Was wir momentan haben, ist ein Staatskonstrukt eigentlich, ein staatsähnliches Subjekt oder Staatskonstrukt ähnlicher Prägung. Man kann sagen, eine große Nichtregierungsorganisation, ein Verwaltungskonstrukt der Alliierten, mit Hilfe von einer Firmenkonstruktion von 60 Firmen, die das Ganze letztendlich organisiert im Auftrag der Alliierten. Und man hat dann in der Folge, also das Ganze ist passiert am 19. August des Jahres 1990 mit dieser GmbH, ein paar Tage vorher hat die DDR-Volkskammer beschlossen, der Bundesrepublik Deutschland beizutreten und zwar zu einem Zeitraum im Monat Oktober, Näheres sollte noch bestimmt werden. Und die Frau Bergmann-Pohl, damals Vorsitzende der Volkskammer, hat an den Schäuble, damals Innenminister der Bundesrepublik, geschrieben, dass man also beitritt. Diese Unterlage ist verloren gegangen, also irgendwo in den Würren der Wände verschwunden. Der Herr de Maizière hat es vor einigen Wochen wieder gefunden, das Originaldokument, hat er auch gleich stolz der Presse vorgestellt, hat er auch gesagt, es hat keinen Stempel, man kann das wunderbar ausstellen. Frau Bergmann-Pohl hat dann noch ein zweites Dokument nachgeschoben, war natürlich textgleich, ist klar, und hat eben dann dort reingeschrieben, dass die DDR die Länder zum 14. Oktober neu errichtet, beziehungsweise wieder aufleben lässt, insoweit eben das, was 1952 stattgefunden hat. 1952 hat die DDR damals verfügt, mit Zustimmung der sowjetischen Besatzungsmacht, in einem entsprechenden Befehl an die Regierung der DDR, dass die Länder aufgelöst werden und dass man anstelle der Länder Bezirke schafft und diese Bezirke dann die Verwaltungsunterorganisation der Deutschen Demokratischen Republik entsprechend organisieren. Das hat dann die Volkskammer die letzte rückgängig gemacht, hat die Länder aufleben lassen und es kam ja dann die große Diskussion auf, was macht man, tritt man der Bundesrepublik Deutschland bei, der nicht mehr vorhanden zu dem Zeitpunkt, das haben natürlich die alle gewusst, aber in dem chaotischen Durcheinander ist das keinem so recht aufgefallen. Das ist so ähnlich wie vor einiger Zeit beim vorletzten Gesundheitsgesetz, das sogenannte Systemordnungsneugesetz. Da hat ein Abgeordneter bei der dritten Lesung festgestellt, dass da 17 Seiten fehlen, das fiel niemandem auf vorher, musste der gesamte Vorgang wiederholt werden, also die ganzen Anhörungen etc. Ja, man hat ganz einfach halt in den Würrchen das nicht so ernsthaft betrieben, da ging es etwas durcheinander. Der Hans-Peter Tietz, der damals im Rechtsausschuss der Volkskammer für die Liberaldemokraten, später FDP, saß, auch später noch im Europaparlament, heute Bürgerrechtler und auch mit einer interessanten Internetseite www.hoffnung-deutschland.de ausgestattet, die ganzen Verträge auf seiner Seite stehen hat. Der hat auch sehr merkwürdig dann nochmal die Ergebnisse dort kommentiert, wie merkwürdig diese Verträge sich letztendlich gestalten und hat eben gesagt, wenn er damals schon gewusst hätte, in dem Chaos und Durcheinander, wie das weitergelaufen ist, dann hätte er da schon etwas getan. Man hat nämlich jetzt im August auch beschlossen, zusammen mit der Bundesrepublik, die nicht mehr vorhanden war, weil kein Geltungsbereich da war, es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1953, wiederholt im Jahr 1958, dass Gesetze, die keinen Geltungsbereich haben oder kein geordnetes Vorschaltgesetz von Haus aus schwebend nichtig sind. Die Nichtigkeit kann dann nur ein entsprechendes Gericht feststellen. Die ganzen Geschichten habe ich dann weitestgehend auch auf meiner Internetseite mit draufgestellt. Man hat dann im August 1990 des Weiteren verfügt, dass die Bundesrepublik Deutschland und die DDR dann zum 3. Oktober fusionieren, also obwohl die Länder erst am 14. Oktober dann rückwirkend gegründet worden sind. Die waren also gar nicht da. Die DDR selber war auch nicht mehr da. Also haben zwei Leichen mehr oder weniger fusioniert, weil der Geltungsbereich hat ja quasi das Ganze ungültig gemacht. Sodass also quasi dann die Fusion stattgefunden hat. Und man hat dann festgestellt, nach der Fusion der beiden Leichenteile, dass man entsprechend demokratisch ja noch was zum Beachten hat. Man hat nämlich festgestellt, es gibt Restitutionsgerichte der Alliierten. Und diese Restitutionsgerichte, die waren früher angesiedelt in Hamm, in Heidelberg und in Nürnberg und wurden 1967 umorganisiert. Es gab dann noch zwei, eins in Berlin und eins in München. Und man hat festgestellt, nachdem man ja mit den Alliierten gemauschelt hat, kommen gleich auf den Vertrag, auf die beiden Verträge, dass man ja da auch noch was ändern muss. Und so hat man ganz einfach nochmal einen Senat gegründet beim Bundesgerichtshof und hat die Restitutionsgerichte der Alliierten gleich mit einseitig suspendiert. Dort kann dann jeder entsprechend klagen, der im Ausland ausgewandert war, aber deutscher Staatsbürger ist und dem irgendwas verloren gegangen oder abhandengekommen ist. Ich sage das bewusst gleich hier mit an der Stelle, weil das dann bei der Selbstverwaltung wieder eine Rolle spielen kann. Ja, man hat dann, also das Ganze wurde dann veröffentlicht, 17. Dezember 1990, Bundesgesetzblatt, Seite 2848, folgende. Da steht auch drin, dass das nichts kostet alles, dass das praktisch dann umsonst ist, weil das eben ja einseitig nur eine Suspendierung des Ganzen war. Man ist hergegangen und hat nun dann zwei Verträge gemacht, nämlich im Vorfeld am 28. und 29. September des Jahres 1990. Da war dann die Folge von der Pariser Konferenz, die Moskauer Konferenz. Und auf dieser Moskauer Konferenz hat man dann die beiden Verträge unterzeichnet. Und man hat einmal den Einigungsvertrag gemacht, das war die Showveranstaltung für die Öffentlichkeit, für die Journalisten, und hat dort reingeschrieben, dass eben die beiden deutschen Teilstaaten fusionieren, also das Wirtschaftsgebiet sich vereinigt. Und dann gab es einen parallel laufenden Überleitungsvertrag über Berlin, den findet man auf der Seite eben von Hans-Peter Tietz, wo eben dann drin steht, dass das alles wieder aufgehoben wird, dass Berlin weiterhin nicht Bestandteil der Bundesrepublik ist und dass quasi die Alliierten Gesetze und die Verordnungen, die die Alliierten erlassen haben seit dem 16. Juni 1945, seit der Potsdamer Konferenz und rückwirkend 23. Mai 1945, weiterhin gültig sind, weiterhin gültig bleiben, parallel zur deutschen Gesetzgebung. Und da ja kein Friedensvertrag da ist, heißt das, dass die Alliierten Gesetze vorrangig entsprechend sind gegenüber der deutschen Gesetzgebung innerhalb des Verwaltungskonstrukts. Außerdem müssen die ja sowieso auch immer noch zum Gegenzeichnen beziehungsweise zur Information nach Stuttgart. In Stuttgart-Vehingen sitzt der Alliierte Oberbefehlshaber. Ja, das ist das, was dann unterschrieben wurde. Der Einzige, der sich gegen die Mauschelei zur Wehr gesetzt hat, weil für die Mauschelei haben die Alliierten jeder einen Haufen Geld kassiert. Darum ist die Einheit auch so teuer geworden. Der Einzige, der dagegen war, war der damalige polnische Außenminister, den man freundlicherweise mitgenommen hat, weil man ja davon ausgegangen ist, es kann ja auch zu einem Friedensvertrag kommen. Das Ganze kann man auch im Bundesgesetzblatt nachlesen, nämlich im französischen Protokoll, weil die Franzosen haben über diesen ganzen Vorgänge Protokoll geführt. Das ist kein Geheimnis, das ist ein offenes Geheimnis. Wer sich mit den Bundesgesetzblättern beschäftigt, der stößt da drauf und dann kann man das auch entsprechend nachlesen. Also der hat gesagt, wenn die die Mauschelei machen, dann kann das ja sein, dass die Deutschen in 30, 40 Jahren kommen und sagen, jetzt wollen wir einen Friedensvertrag und jetzt müssen wir als Polen plötzlich die Gebiete rausrücken. Und deshalb hat er sein Veto dagegen. Es hat zwar keinen interessiert, es wurde halt protokolliert, aber es steht da eben entsprechend drin. Was hat man auch noch gemacht? Man hat eine verfassungsgebende Versammlung einberufen, bereits im August, und hat dort zu dieser verfassungsgebenden Versammlung die Leute nominiert, die man ins Rennen schicken will. Also DDR hat die Hälfte positioniert und die Bundesrepublik hat die andere Hälfte positioniert und die sollten gemeinsam die Verfassung ausarbeiten. Da man jetzt aber ja keinen Friedensvertrag gemacht hat, hat man das dann alles nicht gebraucht. So, jetzt hat man dann weiterhin ein paar Jahre später erst mal festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland mit dem Deutschen Reich nichts zu tun hat. Das hat ein Restitutionsgericht der Alliierten unter dem amerikanischen Richter Kohn festgestellt, im Jahr 1951 und hat das Weiteren festgestellt, vor einem Rückübereignungsprojekt, dass das Deutsche Reich nicht untergegangen ist, sondern fortbesteht. Das war also das erste Mal, dass eben die Alliierten das auch selber in einer Gerichtsverhandlung auf den Weg gebracht haben. Und in diesem Zusammenhang hat man des Weiteren auch eine Veröffentlichung in der Presse vorgenommen. In der Bonner Rundschau gibt es da einen Zeitungsartikel aus dem Februar des Jahres 1951 drüber. 1973 hat Franz Josef Strauß, da hat er sich am Stammtisch, also wir haben da so eine Runde gehabt, wo wir ab und zu mal auch Strauß dabei hatten dann, da hat er sich dann immer gewusst, dass er das alles erreicht hat. Der hat dann damals beim Verfassungsgericht mit initiiert, dass dort festgestellt wird, dass eben die Bundesrepublik Deutschland nicht der Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches ist. Das wurde ja auch so dann unter dem Vorsitz von Judah Limbach verkündet. Das kann jeder auch entsprechend in allen Annalen und Protokollen über diese Gerichtsverhandlungen nachlesen. Man hat also festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Teilkonstrukt auf dem Boden des Deutschen Reiches ist, aber nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. Das war auch der Grund, warum die Alliierten dann darauf verzichtet haben, weil es war dann in den 70er Jahren mal in der Diskussion, die Kriegsschulden aus dem Ersten Weltkrieg wieder aufleben zu lassen, die 1936 durch Adolf Hitler einseitig außer Kraft gesetzt worden sind, weil der damals das Versailler Friedensdiktat in der Richtung einfach mit einem Handstreich weggewischt hat und gesagt hat, das akzeptiert er nicht mehr, wird nicht mehr bezahlt und fertig ist das Ganze. Und hier ist jetzt Folgendes passiert, die Marschelei hat dann weiterhin noch ergeben, dass die Alliierten bereit sind, dass nicht nach 146 Friedensvertrag und Volksabstimmung stattfindet, wenn die Deutschen dann auch im Gegenzug mit bereit sind, weil jetzt sind sie ja wieder vereinigt, die Kriegsschulden aus dem Ersten Weltkrieg wieder aufzunehmen. Das haben sie dann auch getan und man hat die letzten 69 Millionen und noch mal weitere Millionen insgesamt, sind es 83, wenn man die Haushaltsposten des Bundeshaushalts auseinander baut und schaut, was da alles noch verästelt drin hängt. Und diese 83 Millionen Euro waren jetzt die letzten Raten, die dort gezahlt worden sind im direkten Zusammenhang. Im indirekten Zusammenhang zahlen wir weiterhin vieles. Ganz zu schweigen von der Sektsteuer, die damals vom Kaiser in Kraft gesetzt worden ist, zur Erhalt der deutschen Kriegsmarine. Die Kriegsmarine ist 1918 untergegangen, die Sektsteuer ist heute noch da. Man hat dann eigentlich einige Jahre alles im Ruhestand gelassen und dann gab es folgendes Problem. Es gab einen Deutsch-Türken namens Sürmeli, der vielen bekannt ist in der Runde, der dann gegen die Bundesrepublik Deutschland, weil seine Prozesse so lange gedauert haben, eine Klage eingereicht hat und vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht im Jahr 2000 geklagt hat gegen die Bundesrepublik auf Schadenersatz. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Jahre 2006 festgestellt, dass sehr viele Merkwürdigkeiten im Rechtssystem im Deutschen vorhanden sind. Die haben das schön verklausuliert. Aber daraufhin haben die Alliierten prompt reagiert und haben zwei Bereinigungsgesetze gemacht. Eins noch im Jahr 2006, ein zweites im Jahr 2007. Und in diesem Zusammenhang hat man im Jahre 2006 und 2007 alles rausgenommen, was noch Rechtsstaatlichkeit innerhalb des deutschen Rechts beinhaltet. 15 Gerichtsverfassungsgesetz, da stand drin, dass wir Staatsgerichte haben. Dann hat man festgelegt und festgestellt, dass alles aus dem Grundgesetz heraus nicht mehr gilt, mit Ausnahme der Artikel 73, 74 und 75 von Seiten der Alliierten. Also die beinhalten lediglich, wenn man da reinschaut, dass die Bundesrepublik Deutschland als Verwaltung funktioniert und hat die ganzen Vorschaltgesetze zum Ordnungswidrigkeiten-Gesetz, zur Strafprozessordnung und zur Zivilprozessordnung herausgestrichen. Und dadurch sind, ich habe es nachher noch in einem Beispiel, ich weiß nicht, ob es das du mit da drauf hast, zeigen wir nachher gleich nochmal, bei diesem zweiten Bereinigungsgesetz, ich habe es am Beispiel vom OBIG nochmal mit aufgeführt, dass das also dann herausgestrichen ist und damit eben keine Gültigkeit mehr hat. Das heißt, ab 2007 haben wir absolut keine rechtsstaatlichen Gerichte und Spielregeln mehr, sodass also Willkür Tür und Tor geöffnet ist. Jetzt muss man wissen, dass man bereits 1982 die Staatshaftung gestrichen hat, das heißt, seit dem Zeitpunkt haftet jeder Richter nach 839 BGB wie auch jeder Beamte mit seinem persönlichen Vermögen und nach 823 BGB jeder Angestellte oder Arbeiter mit seinem persönlichen Vermögen. Ja, und nun hat man bei der UNO im Rahmen des Völkerrechts eine Resolution geschaffen im Jahre 2001, die 2002 dann in Kraft gedreht ist, nämlich die Resolution 5683. Diese Resolution wurde von den besten Völkerrechtlern weltweit unter dem Vorsitz eines äquatorianischen Staatsgelehrten, der die Federführung inne hatte. Und in dieser Resolution hat man den Artikel 9 geschaffen. Und in diesem Artikel 9 steht jetzt die Grundlage drin für die Selbstverwaltung, in die man sich begeben kann. Und zwar, also da, 28. Januar 2002 ist das Ding in Kraft getreten und nun hat man das Ganze als Tagesordnungspunkt 162 eben entsprechend zur Kenntnis genommen. Also man hat jetzt nicht die Sektkorken knallen lassen und hat das Ding groß verabschiedet, sondern das Ganze wurde, wie so viele Resolutionen, die ausgearbeitet sind, entsprechend zur Kenntnis genommen. Völkerrechtlich gesehen heißt das, es muss jeder jetzt dafür sorgen, dass er das zur Anwendung bringt, jeder Staat. Aber man muss wissen, dass der internationale Gerichtshof bereits in einer Entscheidung, die aus dem Jahr 96 sich bis ins Jahr 2004 gezogen hat, auf diese Resolution aufbauend beim Donaustauprojekt, wo man die Donaustaustufen weiter ausgebaut hat, bezugenommen hat. Es gibt auch eine Vermögensfrage, wo das Bundesverfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland sich darauf berufen hat, auf diese UN-Resolution, was eben bedeutet, völkerrechtlich ist das Ding anerkannt, ist ja auch von den besten Spezialisten, was Menschenrecht und Völkerrecht anbetrifft, ausgearbeitet. Ist auch in verschiedenen Kommentaren zum Völkerrecht entsprechend so genannt. Die sprechen zwar faktisch von einem nicht in einer detaillierten Diskussion und Abstimmung angenommenen Produkt, sondern eben von einem Produkt, das eben nur abgesegnet worden ist, also praktisch beschlossen wurde. Und letztendlich ist es aber so, dass wenn der internationale Gerichtshof darauf Bezug nimmt, dann hat er es natürlich Kraft. So, auf diese Resolution gestützt, haben wir jetzt den Artikel 9, und den kommen wir, glaube ich, im nächsten, wenn es unten drunter, dann schiebst du mal unten drunter, dann schieben wir den mal, können wir den schieben? Können wir nicht? Gut, gut. Das Verhalten einer Person oder Person in Gruppe ist als Handlung eines Staates im Sinne des Völkerrechts zu werden, wenn die Person oder Person in Gruppe im Falle der Abwesenheit, die Abwesenheit haben wir, oder des Ausfalls der staatlichen Stellen, haben wir auch, weil wir ja die Grundlagen gerade schon nochmal wiederholt oder erörtert haben, faktisch hoheitliche Befugnisse ausübt und die Umstände, die Ausübung dieser Befugnisse erfordern. Ich habe für meine Person festgestellt, es erfordert das Ganze, und so habe ich am 26. Juli letzten Jahres meine Selbstverwaltung programmiert und habe eine internationale Frist von 21 Tagen gesetzt. Ich habe das Ganze entsprechend aufgelistet. Vor mir bereits hat es der Roland Herrlischka getan, nach mir der Matthias Günke, das sind alles Personen, die jetzt später sich dann in eine Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben und wir haben an der Stelle 21 Tage Frist gesetzt. Man möge uns widersprechen, wenn man anderer Meinung ist oder rechtlich etwas einzuwenden hat. Es hat sich dabei herausgestellt, einzuwenden hatte niemand was, weil die Alliierten haben gemauschelt, und die haben ja sowieso gewusst, was Sache ist. Die Bundesregierung, Bundespräsident, haben sich ruhig verhalten, also Merkel und Wulff, haben sich überhaupt nicht gemeldet. Und die anderen Stellen haben sich auch nicht gemeldet. Ich habe jetzt vor kurzem einen Fall gehabt, der jetzt angeklopft hat und in die Selbstverwaltung beidrehen wird, in die staatliche Arbeitsgemeinschaft. der hat gesagt, er hat eine Rückantwort gekriegt, allerdings von einer Stelle, die am wenigsten mit dem Völkerrecht zu tun hat, vom Finanzamt. Das Finanzamt hat ihm geschrieben, man sieht das nicht so. Und in einem ähnlichen Fall, bei mir war es nicht ganz so tiefgreifend, mir hat nur eine Sachbearbeiterin geschrieben, dass sie das nicht so sieht. Dann habe ich der zurückgeschrieben, dass ich das anders sehe und habe dem Chef nochmal angeschrieben, dass seine Mitarbeiterin sowieso das nicht so sieht, er möge doch mit der nochmal ein Gespräch führen. Und seitdem habe ich nichts mehr gehört. Von dem ist auch nichts mehr gekommen weiter. Also das waren die einzigen, die einzigen waren die Finanzämter, wo ein bisschen ab und zu mal aufgezuckt haben, aber sonst von den völkerrechtlichen Stellen, aus verantwortlichen Stellen, hast du nichts gehört. Damit ist das Ganze in Kraft getreten. Parallel dazu wurde abgegeben, die Personenstandserklärung, die ihr entwickelt habt, modifiziert auf die eigene Person entsprechend. Denn nur wenn beides miteinander funktioniert, kommt man zu dem Ergebnis, nämlich dass man natürliche Person ist, dass man die Kriegsbeute Mensch abstößt durch die Personenstandserklärung. Die Personenstandserklärung muss gegenüber dem Amtsgericht, gegenüber dem Einwohnermeldeamt und gegenüber dem Polizeipräsidenten oder der Polizeidirektion entsprechend auf den Weg gebracht werden. Wenn man in einem Landkreis lebt, dann auch gegenüber dem Landrat. Das ist noch empfehlenswert. Also alle, die mit der Verwaltung zu tun haben. Die Völkerrechtsproklamation muss gegenüber den fünf Siegermächten, also den vier Siegermächten plus China, gegenüber der Bundeskanzlerin, dem Bundespräsidenten und dann auch den gleichen Stellen, die ich gerade genannt habe und ergänzt noch der jeweilige Ministerpräsident des jeweiligen Bundeslandes erklärt werden. Wenn man das parallel getan hat, dann ist man de facto in der Selbstverwaltung und nach dem Gerichtsverfassungsgesetz, Paragraph 18 und Paragraph 20 ist man dann grundsätzlich so gestellt, dass man extraterritorial zur Bundesrepublik Deutschland steht. Und dass man de facto, wenn wir dann einen Schritt weiter noch sind, wird es dann auch noch manifestiert. Dann wird man auch die eigenen Diplomaten richtig ernennen können. Aber da komme ich gleich drauf. Als erstes ist dann, nachdem die ganzen Sachen abgelaufen sind, mal abgewartet worden, wie darauf reagiert wird. Es gab auch im Nachfeld keine größeren Reaktionen. Nur es war ganz interessant, dass bei dem Roland Hellischka, der auch die Selbstverwaltung proklamiert hatte und eine Anzeige beim Internationalen Strafgerichtshof vorgenommen hat in Den Haag, also das ist jetzt die Erklärung zum Besonderstand, das nochmal zurück, das andere war die Beitrittsurkunde zum Internationalen Strafgerichtshof. Ja, und man hat in dem Zusammenhang auch festzustellen gehabt, beim Roland zuerst, erst als die Personenstandserklärung dort eingegangen war, haben die uns ernst genommen und haben auch was rausgelassen. De facto ist es so, dass wir mittlerweile zwei Aktenzeichen haben. Eins beim Roland, da haben wir also, so schauen die Schriebs aus vom Internationalen Strafgerichtshof. Das ist im Übrigen das Einzige, wo man richtig Zug dahinter hat. Ja, und wenn dieser Strafgerichtshof die Ermittlungen aufnimmt, dann heißt das, dass das vorher geprüft worden ist und dass in dem Zusammenhang man das Aktenzeichen erteilt, weil eben die Ermittlung damit beginnen kann. Ja, das ist die deutsche Übersetzung jetzt von der Roland Hallischka seinem Aktenzeichen. Ja, sodass also quasi jetzt entsprechend dann die Ermittlungen hier aufgenommen werden. Wir haben vor ein paar Tagen, am letzten Freitag jetzt, bei der Selbstverwaltung Heinz-Bitter-Oppel die zweite Offerte des Internationalen Gerichtshofsgerichts. Und da haben wir den ersten Amtsgerichter, der auch mit auf dem Tableau steht. Das ist also die, die mehr oder weniger die Gerichtsvollzieher dort beim Amtsgericht in Ansbach in Bewegung setzt. Die steht dort mit auf der Liste. Und mit Verstößen gegen Menschenrechtskonvention, gegen internationales Völkerrecht und wegen Anwendung nicht mehr vorhandener Gesetze. Ja, also ein Willkürakt, mehr oder weniger. Und jetzt muss man halt sehen, wie die Ermittlungen dann sich fortgestalten. Ich denke mal, dass im Februar wahrscheinlich meine Geschichte kommen wird. Das ist, glaube ich, das zweite Aktenzeichen, was jetzt da ist. 3.2011. Und da muss man halt sehen, was dann letztendlich und wie das Ganze sich fortentwickelt. Ich denke, im Februar wird bei mir ein Aktenzeichen auftauchen, weil ich habe auch vier Polizeibeamte, die absolut der Meinung waren, die haben sogar die Frechheit besessen und haben mir noch geschrieben, ich habe denen geschrieben, dass wir derzeit, dass ich derzeit die Bundesrepublik Deutschland, die Alliierten-Siegemächte und die Polen und mehrere tausend Selbstverwaltungen sich das Staatsgebiet teilen. Und dann haben die mir zurückschrieben, völlig egal, die Bundesrepublik Deutschland hat sie geblitzt und sie haben zu zahlen. Natürlich ohne Unterschrift. Und dann habe ich die halt auch mit auf die Liste bei mir gesetzt. Und eine Amtsrichterin, die mir auch noch vier Tage in Erziehungshaft nehmen wollte, wegen der ganzen Geschichte. Aber wie gesagt, wir haben auch schon festgestellt, in ersten Schreiben jetzt mit Behörden, dass alles, was im Zusammenhang mit der Geschichte steht, dass man die Aktenzeichen vom Strafgerichtshof mit einfließen lässt. Das tut wundersame Wirkung. Es wird also etwas ruhiger, weil wir haben auch angeboten, dass wir noch gerne welche nachschieben auf der Liste, aber die haben sich dann auch nicht unbedingt da drauf begeben lassen wollen. Und so ist zum Beispiel beim Heinz-Peter Obl so, dass der Gerichtsvollzieher, der immer sonst freudig bei ihm ins Haus marschiert ist, wenn er irgendwas hatte, der traut sich gar nicht mehr über die Türschwelle. Seine Tochter hat, vor kurzem kam der, hat geklingelt, dann hat der, da hatte ich gesagt, die ist elf, da hatte ich gesagt, du Papa, da unten steht ein Herr, der möchte aber nicht rein, der traut sich nicht. Dann hat er gesagt, ja, ich komme mal. Dann hat er gesagt, runter, war also der Gerichtsvollzieher. Dann hat er ihm davor schon erklärt, dass das so nicht funktioniert und hat ihn auch verklagt jetzt vom Strafgerichtshof. Dann hat er gesagt, ich gebe Ihnen hier was in die Hand, aber ich bin dann schon wieder weg, über diese Türschwelle gehe ich nicht. Dann war er wieder fort. Wir haben auch den anderen Fall, das ist beim Jürgen Bezelt. Der hat Folgendes gehabt, der ist zu schnell gefahren und da waren aufgeklärte Polizeibeamte da, zwei Stück. Die haben dann angehalten. Er hat 150 da irgendwie auf einer gut ausgebauten Bundesstraße und da sind aber bloß 100 so erlaubt gewesen, da haben dann die angehalten. Dann hat der gesagt, haben die gesagt, ich gebe überhaupt keinen Ausweis, ich bin in Selbstverwaltung. Dann haben die Polizisten sich umgezogen. Der eine hat zum anderen gesagt, schon wieder einer. Dann sind die abmarschiert. Also das waren halt mal welche, die also durchgeblickt haben. Ich selber habe mittlerweile mein erstes Stück der Anerkennung vom Amtsgericht Hagen, weil ich habe also mir folgendes angewöhnt, wenn ich irgendein Produkt bekomme, dann drehe ich das immer gleich ab an die staatliche Selbstverwaltung. Und da bin ich mit einer Versicherung in einer Sachfrage im Clinch und habe ich das abgedreht an die Selbstverwaltung und dann können Sie selber drauf schauen. Amtsgericht Hagen hat also es dann an die staatliche Selbstverwaltung Peter Frühwald geschrieben. Es ist also mal dann endlich auch ein Anerkenntnis. Ich schicke das jetzt mit mir in Kopie gleich mit, wenn ich irgendwo anders beim anderen Amtsgericht irgendwas habe, damit die gleich sehen, dass da eben bereits eine Anerkennung eigentlich de facto vorliegt. Ja, das sind mal so grob so einige Highlights in dem Bereich. Wir haben dann am 6. November die Arbeitsgemeinschaft der staatlichen Selbstverwaltungen gegründet. Abgekürzt Stase W. Wenn ich sage, wir waren das die fünf staatlichen Selbstverwaltungen, die sich auf der Basis der UN-Resolution jetzt zusammengefunden haben. Und wir haben uns in unserer Zusammenkunft hier und im Zusammenfinden mehr oder weniger dazu verständigt, dass wir einmal im Quartal eine große Konferenz dann der Selbstverwaltungen machen. Mittlerweile haben wir schon weitere Selbstverwaltungen, die sich dazu geschlossen haben. Und wir sind im Moment dabei, wir haben uns jetzt beschlossen, am 6. Januar mussten wir es leider mit einem Umlaufbeschluss noch vorab und mit Telefonkonferenz noch abhandeln, weil wir haben alle eingeladen, auch alle Gäste. Und es hatten sich dann auch genügend angemeldet, die auch beitreten, später beitreten wollen dann. Aber dann, der Ralf war dabei, bei der Veranstaltung, hatten wir nicht mit dem Blitzeis gerechnet und mussten dann den Blitzeis Tribut zollen und haben eben de facto dann alles erst mal über die Medien im Zusammenschluss miteinander beschließen müssen. Und wir werden das andere faktisch dann noch mal nachholen. Ja, und wir haben jetzt beschlossen, dass wir dem internationalen Gerichtshof beitreten werden. Das ist also eine Variante, die bisher noch keiner gemacht hat. Wir haben juristisch am letzten Wochenende jetzt die Einzelheiten vorbereitend ausgearbeitet, haben auch schon einen ersten Entwurf, den wir jetzt noch ein bisschen modifizieren müssen. und werden dann in den nächsten 14 Tagen, denke ich mal, den Beitritt zum internationalen Gerichtshof erklären, was zur Folge hat, dass in dem Moment, wo der internationale Gerichtshof das Ganze, also nicht zu verwechseln mit dem Strafgerichtshof, sondern der internationale Gerichtshof dann das Ganze akzeptiert, muss er ja in dem Moment, also wenn die Hinterlegung entsprechend dann auch bei der UNO vorhanden ist, dann haben wir die Öffnung zum Wiener Abkommen aus dem Jahr 1961, modifiziert nochmal in Einzelheiten 1964 und zum Protokoll des Wiener Abkommens und können dann, wenn das dann eingetragen ist, bei der zuständigen Stelle Diplomatenausweise ausstellen, die dann völkerrechtlich international anerkannt sind. Damit haben wir uns auch entsprechend beschäftigt. Sollte es Schwierigkeiten geben, haben wir auch schon einen Plan B in der Schublade liegen, aber über den spreche ich heute nicht, weil den ziehen wir dann raus, wenn wir mit dem Plan A nicht zum Ziel kommen, der Plan B funktioniert, todsicher dann auf jeden Fall. Der Plan A werden wir sehen, weil das ist ein Weg, den bisher noch keiner gegangen ist. Vom Internationalen Gerichtshof werden nach den Regeln des Internationalen Gerichtshofs, der ist ja geboren worden, durch die UN-Resolution 9 1946 und damals in der Fortführung der Nürnberger Prozesse. Man hat im Rahmen dieses Internationalen Gerichtshofs gesagt, wir machen ab sofort eine Dauereinrichtung, haben die damals beschlossen und man hat dann nach und nach weitere Resolutionen dazu entwickelt und hat den eben auf ein solides Fundament gestellt und im Internationalen Gerichtshof kann jeder Staat oder jede nicht staatsähnliches Konstrukt, nicht Regierungsorganisation, theoretisch gesehen beitreten. Auch wer nicht beigetreten ist, hat die Möglichkeit, als staatsähnliches Konstrukt oder nicht Regierungsorganisation den anzurufen. Hat also die Bundesrepublik Deutschland fünfmal vorher gemacht, bevor die überhaupt da beigetreten sind, weil bis 1973 war ja weder die DDR noch die Bundesrepublik international im Geschäft. Erst ab 1973 war man ja in der UNO entsprechend mit zugange und seit 1994 ist ja auch momentan vorübergehend die Feindstaatenklausel, weil wir ja immer noch mit 64 Staaten uns im Kriegszustand befinden, suspendiert, was aber nicht bedeutet, dass er außer Kraft ist. Suspendiert heißt, wird derzeit nicht angewandt. Wenn aber obsolet. Wenn also quasi heute irgendein Indianerpräsident in Bolivien auf die Idee käme, er will das wieder aktivieren, weil irgendwas stattgefunden hat, wir haben ja mit dem noch Krieg, dann könnte der das auch wieder entsprechend in Kraft setzen. Nur als Beispiel. Bitte? Mit Griechenland? Ja, Griechenland und Italien proben ja gerade vom Internationalen Gerichtshof mal die Bundesrepublik Deutschland zu verklagen. Die Griechen haben jetzt gesagt, sie treten dem Prozess, den die Italiener angestrengt haben, bei. Muss man sehen, wird sicherlich auch ein interessantes, interessanter Prozess, wie das weiterläuft. Weil die ja jeder wegen irgendwelcher Massakers, die angeblich die deutsche Wehrmacht oder vielleicht auch wirklich die deutsche Wehrmacht, das muss halt entsprechend der Gerichtshof jetzt klären, getan hat. Versuchen die entsprechend jetzt die Bundesrepublik Deutschland zu verklagen. Es ist auch so interessant, wie das sich weiterentwickelt, weil in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage interessant ist, ist die Bundesrepublik Deutschland, die ja nur ein Teilkonstrukt ist, überhaupt diejenige, die dann da in die Bresche springen muss, ja oder nein, muss der internationale Gerichtshof bewerten, sicher die Frage. Ja, also wird der internationale Gerichtshof bewerben, wie damals in Nürnberg, als alles als offenkundig Verkenntnis gebracht wurde. Müssen wir sehen, was rauskommt. Also greifen wir nicht vor, warten wir ab, was dabei am Ende dasteht. Fakt ist auf jeden Fall, der Weg, den wir da beschreiten, ist Neuland, ist, ja, ausgedüftelt von der Strategie her. Wir haben jetzt das Ganze, ja, seit August eigentlich dynamisch vorwärts getrieben und ich hoffe, dass es uns gelingt, dass sich immer mehr anschließen und dass wir auch vielleicht mittelfristig ein Dachverband aller Verbände, die irgendwo da sind, was weiß ich, von Bund für das Recht und was alles so, ja, was alles entsprechend auf den Weg gebracht ist, dass man sich zusammenfindet, weil es bringt nichts. Im Netz waren ja wieder so einige Dächtel, Mechtel, wo über einige Netzwerke sich welche ausgetobt haben, hin und her. Ja, das bringt uns aber nicht vorwärts, sondern es bringt uns nur vorwärts, wenn wir zu kräftig an dem Ziel arbeiten. Mein Ziel in der Richtung und das Ziel auch der Arbeitsgemeinschaft, auf der sich alle verständigt haben, ist eigentlich, möglichst rasch zu einem Friedensvertrag zu kommen. Parallel dazu, mit einer gesunden Demokratie größtmöglichste Verteiler auf den Weg zu bringen und die dritte Richtung, endlich wieder rechtsstaatliche Verhältnisse zu kriegen, weil derzeit ist ja so, dass von dem, was die Bundesrepublik Deutschland einnimmt, nur von 100% Einnahmen nur 70% wirklich innerhalb des Vereinigten Wirtschaftsgebietes verbleiben. Der Rest geht ja auf den merkwürdigsten Art und Weisen in irgendwelche anderen Kanäle abfließend irgendwo hin, was diese ganzen Strukturen anbetrifft. Wir haben natürlich im Takt der Selbstverwaltung auch durch die Eigenstaatlichkeit bedingt die Finanzdienstleistungen und die Finanzleistungen an die Bundesrepublik Deutschland eingestellt und sind jetzt eigentlich seit dem Zeitrahmen eben exterritorial. Die Schwierigkeit, die wir halt haben, ist, dass der Mittelbau, ich bin ja froh, jetzt Amtsgericht Hagen hat es begriffen, die haben durchgeblickt, und andere werden sicherlich auch folgen. Es gibt aber auch noch die ein oder anderen, die nicht geschult sind, denn wir haben festgestellt, dass die juristischen Ausbildungspläne, die beinhalten zum Beispiel in den Grundzügen lediglich den Einigungsvertrag, über den Überleitungsvertrag mit Groß Berlin wird überhaupt nicht gesprochen und man hat das Weiteren festzustellen, wenn man sich einen Stamm vorstellt, ich habe das halt beim Jo Conrad in dem Interview gesagt, dann haben wir das Problem, die werden nach oben geschult, in alle Verästelungen, Arbeitsrecht, Sozialrecht, wie auch immer, aber in dem, was unterhalb des Stammes an der Wurzel liegt, das schweigt man einfach tot, damit beschäftigt man sich nicht. Das ist überall eigentlich bekannt, selbst wenn man Schulbücher in der Schweiz anschaut, kann man das nachlesen, ringsherum, ich habe vor kurzem einen Artikel gehabt in der Zeitung der Nordschleswiger, das ist die Zeitung der deutschen Minderheit in Dänemark, weil 1919 mussten ja zwangsmäßig einige Volksabstimmungen stattfinden und das Land Schleswig-Holstein beispielsweise ist ja früher gegangen bis auf die Insel Aals oder Aalsen wie die Dänen sagen und musste dann 1919 durch eine Volksabstimmung jetzt entschieden werden, wer bleibt bei Deutschland und wer geht zu Dänemark und dann ist es eben so, dass die Stadt Flensburg sich für Deutschland entschieden hat und eben der Landkreis oberhalb, also bei Tondern und so weiter, der Riebe, die sind Aarhus, die sind alle dann in Dänemark verblieben und es gibt dort eine 25.000 bevölkerungsstärke deutsche Minderheit, die gibt eine Zeitung auch raus, den Nordschleswiger und die haben vor kurzem mal wieder einen Artikel gehabt, die sprechen einmal nur von Deutschland oder von der Regierung Merkel, machen im Übrigen die Russen auch, wenn man auf Ria Novosti draufschaut oder auf andere russische Zeitungen in deutscher Sprache, das ist eben so, nur bei uns wird es kaum bekannt, weil man hält ja bei uns die Schotten oder versucht die Schotten dicht zu halten, ich will es an einem Beispiel deutlich machen, im Jahre 1993 anfangen bis 96, 97 ging es ja um die große Raffinerie bei Buna Leuna und da gab es einige Bestechungsgelder, die wohl auch geflossen sind, wo sich auch einige bei uns deutsche Beamte und auch ehemalige Direktoren, die dort beschäftigt waren, wohl bereichert haben oder versehentlich auf ihren Konten, ähnlich wie bei einem Bankmenschen, der gerade 50 Millionen versehentlich am Konto gefunden hat und nicht wusste, woher das kommt, ja, das war dann da auch so und in Frankreich gab es einen riesen Presserummel und bei uns gab es gerade zweimal kleine Artikel, einen im Handelsblatt und einen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dann war da über den französischen Skandal, der aber bis nach Deutschland reingereicht hat, überhaupt nichts erschienen, weil da wahrscheinlich die französische Besatzungsmacht gesagt hat, wollen wir nicht, es reicht schon so und dann ist eben hier brav alles unterm Kanal geblieben und das ist eben das Problem, 80 Millionen etwa oder 79 Millionen Deutsche wissen nicht Bescheid, was eigentlich Sache ist und das ist die Schwierigkeit, die wir haben. Wir sehen als Ansatzpunkt nur, wenn alle Kräfte vereint sich irgendwo finden, einzeln weiter agieren, jeder natürlich in seinem Bereich ist ganz klar und wenn wir darauf hinauslaufen, dass wir irgendwann es schaffen, die Medienschiene zu knacken, weil wenn die vierte Macht im Staat geknackt ist, fällt der Rest wie ein Bollwerk zusammen, wenn er nicht vorher schon finanziell irgendwann vor die Hunde geht, weil was momentan passiert, ist ja nur noch Anschmeißen der Gelddruckmaschine, wenn man das so verfolgt, die Amerikaner haben ja gerade, die Fed hat ja gerade verkündet und hat im Regierungsblatt dann die Abgeordneten dazu gebracht, dass sie von 14 Billionen auf 15 Billionen die Schulden aufgestockt haben, sodass man also weitere Geldscheine drucken kann, ich habe letztens auch gesehen, es gibt wohl schon Ersatzdollar, der irgendwie gedruckt ist, was also als Plan B in der Tasche liegt, von dem her muss man schauen, was da in den nächsten Monaten, dieses Jahr wird sicherlich ein spannendes, sich letztendlich herauskristallisieren und wie lange das Ganze noch stabil am Laufen ist. Ja, das mal grob zu dem Ganzen, was hier so abmöglich ist und wenn Sie Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung, ich hoffe, Sie haben ein bisschen was jetzt in dem ersten Schub mal mitgenommen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.